Der allererste Weltraumspaziergang wäre fast tödlich ausgegangen. 1965 war Alexei Leonov der allererste, der sich mal aus einem Raumschiff rausgetraut hat. Sogar in einer Live-Übertragung. Und die ersten Momente hat er sehr genossen. Und plötzlich, als er zurück möchte in die Kapsel, sagt er, es geht nicht, es geht nicht. Und die Live-Übertragung bricht ab. Die Sowjets hatten einfach vergessen, dass sich im Vakuum des Weltalls der Raumanzug stark aufblähen wird. Und die Luke zurück ins Raumschiff war viel zu klein für Alexei. Es blieb ihm nur eine einzige Möglichkeit, sich zu retten. Die Luft aus seinem Raumanzug rauslassen. Damit hast du aber auch nur eine einzige Chance, es richtig zu machen. Kurz vor der Bewusstlosigkeit hat er es endlich geschafft, sich durch die Luke zurück ins Raumschiff zu ziehen. Aber damit war das Drama noch nicht beendet. Bleibt dran für Part 2. Bis zum nächsten Mal.